Hosen bleiben! Hosen bleiben! Hosen bleiben! Hosen bleiben! Das muss ich Ihnen wirklich sagen, das erstaunt mich jedes Mal wieder, mit welchem Eifer und mit welcher Begierde Sie nach diesen Reden greifen und die betreiben nehmen, sicher auch auch für Nachbarn, für Leute, die nicht zur Demo kommen können. Diese Reden gibt es, wie gesagt, gegen Spende in die blauen, in die gelben Partschützer-Spendendosen. Auch heute wird die Demo hier mal wieder vor Bunker bei e.V. finanziert. Und wenn Sie eben zur Finanzierung dieser Montagsdemo beitragen wollen, dann wenden Sie sich einfach an die bekannten, gelben, verplombten Partschützer-Spendendosen am Infostand, an der Mahnmache oder zwischen den Reihen von den vielen Freiwilligen, die mit den Spendendosen rumgehen. Außerdem können Sie Flyer für die beiden Bürgerbegehren und für die 200. Montagsdemo auch heute wieder mitnehmen. Inzwischen sind die Flyer und vor allem auch die Plakate für die 200. Montagsdemo eingetroffen. Der Infostand ist heute im Bereich der Bushaltestelle, eigentlich auch wie jede Woche. Decken Sie sich doch ein, die Flyer für die 200. Montagsdemo und für die Bürgerbegehren. So, und jetzt kommt noch einmal die 11 mit einer Zwischenmusik und danach kommt die dritte Rede. Bitteschön, die 11. Bitteschön, die 11.5. Musik 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 Musik